Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab dem 5. Oktober zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf, Wittlaher. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1300 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020